Und damit ganz herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play RimWorld. Ja, schön, dass ihr mit eingeschaltet habt. Und wir machen natürlich weiter an dieser Stelle. Und ich habe gerade schon im Vorfeld der Folge gesehen, unser Raum hier ist wirklich schon ganz gut geworden. Die Bäume wachsen jetzt endlich wieder. Das heißt, hier gibt es demnächst hoffentlich irgendwann mal etwas Holz, das wir abfarben können, sodass wir dann vielleicht auch mal einen Holzfußboden reinlegen können oder für etwaige Bauvorhaben, wo Holz notwendig ist natürlich, dass wir das dann dort auch am Start haben. Zumal auch Blumentöpfe, denke ich mal, durchaus aus Holz bedeutend schöner aussehen. Ja, werden wir dann alles nach und nach machen natürlich. Ansonsten sieht es, glaube ich, erstmal ganz gut so weit aus. Wir sind hier noch dran, dass wir das hier weiter durchzimmern. Da können wir das hier schon mal abtransportieren lassen. Und ansonsten hatte ich gesehen, wo haben wir es denn? Hier lag irgendwo noch eine ganze Menge Silber rum. Genau, da hatten wir schon den Auftrag gegeben, dass das abgeholt werden kann. Das müssen wir mal direkt in Auftrag geben, dass das jemand macht. Epsilon, glaube ich, ist dafür geeignet, rein kleidungstechnisch. Genau, sie verträgt minus 39 Grad. Das ist immer noch nicht ganz so viel, wie es draußen, naja, in Anführungsstrichen warm ist. Ja, minus 77 Grad, aber es passt schon. So, sie will erstmal forschen gehen. Nein, das wirst du mal sein lassen, lieber Epsilon. Du wirst dir mal das Silber hier krallen. Genau, mach das lieber mal. Dann haben wir das nämlich schon mal am Start. Und hier rennt auch der Nächste los. Das ist Mitch, wo willst du hin? Begräbt, toter Mensch, okay. Hm, okay. Na gut, das ist aber auch der Letzte dann. Soll er ruhig machen, das ist nicht ganz verkehrt. Das darf er. Wobei er natürlich relativ schnell unterkühlt sein wird. 15%, 16% hat er schon. Wir gucken mal, wir vergleichen mal mit Epsilon, was das ausmacht. Epsilon ist auch bei 15%. Okay, was verträgt er theoretisch? Minus 35 Grad. Okay, das macht also nicht ganz so viel aus. Aber so ein, zwei Prozentpunkte sind schon mit drin, die das bewirkt. Im Endeffekt hat sie jetzt eigentlich das gesamte Silber geholt oder nur das eine? Ja, natürlich nur das eine. Hm, schade. Okay. Ja, Mitch, dann lass das erstmal so sein, genau. Und kümmere dich mal um andere Sachen, wie zum Beispiel Kartoffeltragen. Wunderbar, das hätte ich dir ja sonst nämlich selber gerade in Auftrag gegeben. Das wirst du hier mal weiter fortführen, denn die liegen schon ein bisschen länger hier rum. Die verderben nämlich schon in elf Tagen. Normalerweise haben die eine Haltbarkeit von 30 Tagen, wenn sie frisch geerntet sind. Und deswegen sollten wir darauf mal achten. So, Time ist irgendwie schlecht gelaunt. Was ist denn los, Time? Was hast du denn? Kannibalismus, gekocht. Ah, okay. Da hat sie das eine Teil erwischt, wo das Menschenfleisch nochmal beigemischt wurde. Sehr hässliche Umgebung. Gut, da wird sich noch was dran verändern, denke ich mal. Da werden wir ja dranbleiben. Ansonsten haben wir hier eigentlich schon Strom durchgezogen. Ja, dort haben wir es schon. Aber wo wir es noch nicht haben, wo wir es dringend mal machen müssten, wäre hier, dass wir das schon mal soweit vorbereiten. Dann brauchen wir natürlich auf der Seite auch weiter die Schieferwände. Die werden wir hier schon mal entlangzimmern. Weil ich hier noch mir nicht ganz sicher bin, ob wir hier noch eine Tür oder sowas drin reinbauen sollten, können wir eigentlich mal machen. Komm, bauen wir hier eine Stahlschiefertür mit rein, dass wir hier dann den Rest des Eisenerztes auch mit abbauen können. Genau, und hier dafür wieder eine Schieferwand. So, sehr gut. Dann hätten wir das schon mal. Auf der Seite können wir natürlich die Schieferwand auch schon mal mit durchzimmern. Und hier, das kann bereits abtransportiert werden. Gut, na wunderbar. So, ich hoffe, die Laune von Time verbessert sich wieder im Laufe der Zeit. Nicht, dass sie uns hier kollabiert oder sowas. Ja, sie ist immer noch schlecht gelaunt. Aber gut, wir warten mal noch. Und wir müssen ganz dringend die Ernte hier mal wegschaffen. Das wäre auch noch einer der wichtigeren Punkte. Ich denke mal, am nächsten Tag werden wir nochmal Epsilon losschicken, dass sie das restliche Silber dort holen kann. Das Theorit werden wir mal damit beschäftigen, dass er, wie gesagt, die Ernte dort reinholt. Vielleicht können das auch die anderen mal kurz mithelfen. Wir gucken mal, was Timmy gerade machen möchte. Er will meditieren. Kannst du auch zufällig tragen? Jawohl. Timmy kann auch tragen. Wenn er jeder mal einmal anpackt, dann, glaube ich, geht das auch relativ flott. Was macht Penny? Sie möchte erstmal frühstücken. Das ist in Ordnung. Epsilon, was machst du? Du willst forschen. Nein, Epsilon. Du wirst... Ähm... Hier mal gucken. Wo haben wir es denn? Da. Bitte das Silber nochmal tragen. Dann hätten wir das nämlich schon mal weg. Und die anderen. Ja, Timmy und Snuggie sind am Tragen. Was macht Lisa? Sie möchte einfach Mahlzeit verzerren. Okay. Penny will meditieren. Das wirst du nicht machen. Du wirst mal einfache Kartoffeln tragen. Und er will auch erstmal frühstücken. Das ist auch in Ordnung. Was will Timmy machen? Er will nochmal meditieren. Nein, du wirst dir auch nochmal Kartoffeln tragen. So. Und Steroid wird dann auch nochmal mit anpacken. Und dann dürfte das ja relativ schnell erledigt sein hier. Dann haben wir das nämlich gleich. Ja, es sieht doch schon wesentlich besser aus. So. Penny trägt hier nochmal. Sie wird wahrscheinlich auch nochmal losgeschickt werden. Guck mal hier. Dann schickt man dich mal dort oben hin. Und Timmy wird, denke ich mal, auch nochmal mit dabei sein. Geh du mal dort mit ran. Trag hier nochmal. Und dann werden wir Steroid auch nochmal losschicken. Dann haben wir das aber erstmal soweit aufgeräumt. Und so, er trägt immer noch die Kartoffeln. Will sie nochmal ablegen. Okay. Er braucht ein bisschen länger. Okay. So, jetzt hat das aber. Und dann hier nochmal zupacken. Und dann hoffentlich haben wir es bald. Genau. Dann ist der Raum erstmal soweit clear. Das passt. Sehr schön. Und dann könnt ihr euch ab dem nächsten Tag dann wieder um andere Dinge kümmern. Ist ja auch wichtig. Aber wir müssen natürlich auch hier dran bleiben. Also an der Ernte, dass die schnell gekühlt wird und so weiter. Dass die halt nicht verdirbt direkt. So, Penny ist ansonsten hier kräftig am machen. Das Lager wird immer aufgeräumt. Da habe ich das Gefühl. Ich denke mal, wir schaffen es gar nicht, sie schnell genug mit neuen Sachen zu versorgen. Aber das ist auch halb so schlimm. Weil wenn sie das dann abgearbeitet hat, dann kann sie natürlich auch mal andere Sachen machen. Das ist ja ganz klar. Wir können ja mal gucken, wofür wir sie noch eingeteilt hatten. So, Penny ganz oben, genau. Sie macht das, macht das. Und wenn sie das nicht macht, ja, wird sie Bauarbeiter machen. Ist in Ordnung eigentlich. Kann man so hinnehmen. Ich überlege, ob wir Snoogie noch weiter erziehen oder trainieren sollten. Guck mal, Rettung kann er auf jeden Fall mal lernen. Das wäre nicht verkehrt. Dann kann er nämlich auch verletzte Leute natürlich mit rankarren. So, das Bett werden wir mal abreißen. Da haben wir jetzt das Neue hier oben gebaut. Das ist soweit schon fertig. Und wir brauchen aber auch noch Heizung, die wir mit reinstellen können. Guck mal, dann bauen wir hier mal zwei Stück dazu. Und dann müsste es schon passen. Genauso wie eventuell noch mal ein bisschen Strom. Nein, keine künstliche Sonne. Dann natürlich auch nicht verkehrt. Also dann ist es Tag, Hell, Rot, auch in der Nacht. So, wo haben wir es denn? Bei Möbel, glaube ich. Genau, dort die Stehlampe. Die hätte ich hier gerne noch mit dabei. So, wunderbar. Was wir dann noch machen müssen, ist das Lager wieder hier angleichen. Genau, dass das wieder soweit geschlossen ist. Das passt. Gut. Es hat immer noch jemand schlechte Laune. Und es ist immer noch die Time. Ja, mein Gott, Time. Was kann ich denn für dich tun, Mädel? Kann die Balusmus hält halt noch an. Fängt in 0,8 Tagen an zu verderben. Ist in 1,8 Tagen verdorben. Also, ja, fast zwei Tage müssen sie noch durchhalten. Dann hat sie diesen Balus aber auch weg. Dann geht es ihr wieder besser. Aber gut, da muss sie halt durch. Wenn sie sich halt das Essen schnappt, wo das Menschenfleisch drin ist, da kann ich auch nichts dafür. Gut, das wird hier auf jeden Fall, das wird alles gemacht. Hier, guck mal, können wir auch schon mal weiter abbauen, theoretisch. Das machen wir auch mal gleich als Auftrag. Da haben wir das nämlich auch schon mal. Und ansonsten Hypothermie. Wer denn? Steroid. Okay. Körper. Unterkühlung stark. Na gut, das geht aber noch. 30 Prozent. Könnte schlimmer sein. Aber wir werden ihn trotzdem noch mal ganz kurz losschicken, dass er hier das Stahl noch mal mit ranholt. Er ist ja eh gerade dort in der Nähe. Und dann kann er sich auch direkt schlafen legen, wenn er will. Das ist gar kein Problem. Okay, so die Forschung von dem Krematorium ist, glaube ich, auch fast abgeschlossen. Ach nee, einfache Prothesen erforschen wir schon. Stimmt, Krematorium hatten wir schon. Müssten wir natürlich aber noch bauen. Haben wir noch nicht. Hm, lass mal gucken. Ich wüsste im Moment allerdings auch noch gar nicht, wo ich es hinhaben würde. Ja, es ist noch ein bisschen schwierig, die Angelegenheit. Zumal wir, nee, wir werden das noch hinten anstellen. Wir haben im Moment noch andere Dinge zu erledigen. Zum Beispiel, ja, Abwehrmechanismen hier. Das hat, glaube ich, Priorität, wenn wir das erst mal hätten. So, wir könnten hier auf jeden Fall noch mal ein Geschütz mit ranstellen. Ja, ich denke mal, dort wird noch eins mit dazukommen. Und dann bitte hier noch mal die Sandsäcke drumherum. Dann haben wir auf der Seite erst mal drei Geschütze soweit. Das ist, glaube ich, nicht das verkehrteste. Und natürlich brauchen wir auch noch entsprechenden Strom, den wir hier durchzimmern. Jawohl. So, dann sollte das auch soweit passen. Eigentlich können wir die Geschütze auch abstellen. Die sind im Moment ja nicht wirklich notwendig. Ich glaube, das machen wir mal. Und hier oben, ja, das sind so Notfallgeschütze. Die sind soweit ja eigentlich in Ordnung. Ich überlege, ob wir das hier noch mal zum Heimatgebiet erklären, dass die hier auch reparieren gehen. Weil im Moment machen die das natürlich nicht. Heimat, genau. Lass das mal zum Heimatgebiet dazunehmen. Dass die, falls das mal irgendwie angegriffen ist, dass die sich dann auch darum kümmern. Das wäre, glaube ich, ganz wichtig. So, okay. Das müsste dann passen. Ich denke mal, da wird dann demnächst einer losmarschieren. Mal, ich glaube, Lisa macht sich schon auf den Weg, genau. Sie will da direkt anfangen damit. Das ist aber ganz in Ordnung soweit. Steroid kommt auch mit. Was hast du vor Steroid? Willst auch reparieren. Okay. Na, das ist alles in Ordnung. Das dürft ihr machen, natürlich. Forschung abgeschlossen. Einfache Prothesen. Na, wunderbar. Dann würde ich vorschlagen, als nächstes Ersatzorgane. Das wäre noch ein wichtiger Punkt. So, das ist soweit repariert. Damit haben sie jetzt erstmal einen kompletten Tag verschwendet. Weil der Weg halt so übelst lang ist, natürlich. Ja, schauen wir mal. Das sieht aber inzwischen auch schon fast soweit fertig aus. Hier muss das noch abgebaut werden. Das kriegen wir noch hin. Dann müssen wir natürlich, hier ist auch noch kein Heizung drin. Das heißt, wir können die Wand durchaus erstmal aufbrechen. Um dann hier eine extra Tür mit reinzustellen. Ich denke mal, das machen wir. Wir geben mal den Befehl dazu, dass das hier bitte komplett entfernt wird. Genauso wie das hier, wenn es geht. Und dann werden wir dort das dementsprechend zubauen. Ja, sobald wir das natürlich dann gemacht haben. Das ist klar. Aber da rennt Time schon wieder hin und versucht ein bisschen was zu machen. Okay, kritischer Alarm, Hypothermie. Dann geh dich nach drin stellen, Junge. Du musst doch nicht draußen stehen. Du kannst doch machen, was du möchtest. Du bist doch nicht gezwungen, am Grab zu stehen. Tja, vielleicht sollten wir hier aber auch einfach das Krematorium hinsetzen. Wir könnten hier auch noch einen kleinen Durchgang schaffen. Das wäre noch eine Maßnahme. Wobei natürlich dann erstmal die Gräber auch im Weg stehen dafür. Ja, so leicht ist es nicht. Oder wir bauen es hier mit dran. Hm. Wo könnte man das noch unterbringen? Also hier, das würde ich gerne so stehen lassen. Also als Notfallgeschütz einfach. Man könnte es direkt hier drin einbauen. Das wäre noch eine Maßnahme. Hm. Das könnte man schon machen, dass man es hier zum Beispiel so hinstellt. Wäre eine Möglichkeit. Kriegen wir das dort irgendwie ran? Lass mal gucken. Produktion. Produktion. Und zwar Sandstein-Krematorium soll es glaube ich nicht sein. Wovon haben wir denn genug? Ich glaube Marmor, oder? Genau. Marmor verwenden wir sonst nicht. Können wir jetzt hier sozusagen für das Krematorium verwenden. Das ist glaube ich kein Problem. Hm. Ja, trotzdem wohin damit? Aber das würde halbwegs passen. Hier wäre es glaube ich noch günstiger. Ich glaube wir stellen es mal dort mit ran. Hier weiß ich noch nicht, ob sich wandtechnisch nochmal was verändern wird. Ob wir das nochmal abtrennen wollen oder nicht. Da bin ich mir noch sehr unsicher. Theoretisch müssten wir es nochmal abtrennen. Die Frage ist, wozu können wir das dann hier verwenden? Keine Ahnung. Machen wir uns aber noch Gedanken. So, Großhändler. Okay. Wäre am Start. Wir könnten ja mal reingucken. Penny meditiert gerade. Oh Quatsch mal mit dem Großhändler. So, was haben wir denn hier? Wir haben einige Blöcke, die wir im Notfall verkaufen könnten. Die wollen wir aber nicht verkaufen. Ein bisschen Leder könnten wir verhökern. Der ist relativ günstig, der Großhändler. Okay. Was hat der sonst noch? Alpaka, Schwein. Nee, Snuggi behalten wir natürlich. Können die Alpakas auch tragen? Ich weiß es nicht. Nee, scheinbar nicht mittelmäßige Intelligenz. Das dürfte nicht passen. Was Schweine haben, sehr gute Intelligenz. Okay. Also, so war mir persönlich jetzt schon bewusst, aber hätte ich jetzt nicht gedacht. Allerdings haben die nur eine komfortable Temperatur von minus 5 Grad. Das heißt, auf unserer Karte sind die gänzlich unbrauchbar. Die würden halt sofort erfrieren. So im Groben und Ganzen. Also bringt uns das leider nichts. Wir bräuchten mehr Huskys. Huskys wären wirklich eine gute Sache, wenn wir davon mehr hätten. Mal Medizin würden die auch verkaufen, aber das ist schon wieder relativ teuer, die Medizin. Hm. Wieso muss die Medizin so teuer sein? Wir brauchen die doch, um die Krankenbetten dann langfristig endlich auch mal herzustellen. So, aber ich glaube, wir lassen das erst mal. Zumindest wird das Penny nicht machen, denn ich glaube, Timmy ist besser drin. Wo haben wir es denn? Aufseher. Genau. Und Timmy müsste Stufe 10 sein. Genau. Bei den neuen, das war auch nicht so gut. Genau. Ne, wird Timmy machen müssen. Timmy quatscht nochmal mit denen. Das Teil müsste man eigentlich immer oben verlegen. Das kann doch nicht stehen bleiben. So, jetzt wollen wir ein bisschen was verkaufen. Zum einen, das Walkleder können wir verkaufen. Die Menschenhaut können wir... Alter, ist die viel wert. 3,9 pro Menschenhaut. Das ist Wahnsinn. Das ist ganz schön viel. Wenn wir dann die ganzen Leichen ausbuddeln würden und alle schlachten würden... Hm. Wäre eine Idee. Müssten wir nur gucken, dass das irgendwo anders gelagert wird, wo das dann nicht zubereitet werden darf. Und wir kriegen natürlich einen Malus dafür, dass wir die Menschen schlachten. Das müsste man auch bedenken. Aber guck mal, 3,9 pro Menschenhaut? Hm. Ne, aber ich glaube, das lassen wir... Also darüber müssen wir jetzt nicht unbedingt Kohle machen. Das halte ich für ein bisschen zu makaber. So, der Rest, das passt. Das werden wir alles behalten. Das ist in Ordnung. Das Holz behalten wir auch. Ja. Und hier könnte man nochmal gucken, ob wir irgendwas einkaufen wollen. Aber auch das ist eigentlich nicht notwendig, so wie ich das sehe. Tja. Wie gesagt, ich hätte gerne noch einen weiteren Husky. Aber den kriegen wir ja leider nicht. Wir werden das erstmal so annehmen. Das ist in Ordnung. Ich überlege noch wegen der Medizin, ob das nicht noch eine Maßnahme wäre. Guck mal, da würden wir 124 draufzahlen. Aber dafür hätten wir erstmal ein Krankenbett. Ich glaube... Ach komm, das leisten wir uns. Das gönnen wir uns. Mach das mal. Und dann müssen wir ganz dringend hier den Auftrag geben, dass das möglichst schnell natürlich auch gemacht wird. Und zwar beim Möbel wird es drin sein. Genau. Krankenbett aus Stahl hätten wir es gerne. Und wir werden es auf die Seite, denke ich mal, stellen. Ja. Wir werden es mal dorthin stellen. So. Dann bitte das als nächstes direkt schon mal bauen. Das kann bitte weg. Das kann weg. Das brauchen wir nicht mehr. Das ist dann ein ganz normaler Raum. Und ich glaube, es ist auch Schlafenzeit, oder? Die hauen sich gerade hin, oder? 22 Uhr. Ja. Also wer noch nicht schläft, der geht auf jeden Fall gleich schlafen. So. Mach du das auch mal, dass du direkt schlafen gehst. Und du gehst auch schon direkt schlafen. Wunderbar. So. Dann müssen wir nur noch auf den nächsten Tag warten. Und dann hoffe ich mal, dass das hier soweit klar geht. So. Was ich übrigens auch mal testen wollte. Stimmt. Ja. Das funktioniert. Man kann mit Komma und Punkt. Punkt und Komma kann man hier umschalten. Zwischen den Kolonisten. Das heißt, wir sind nicht mehr so ewig auf der Suche, wo hier wer ist. Stimmt. Das wollte ich übrigens mal testen. So. Ein weiterer Großhändler ist in der Nähe. Gut. Kimi, du willst zwar meditieren, aber wir werden dich mal mit dem quatschen lassen. Welcher war es denn jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Na, quatsch mal mit dem oberen erstmal. Ich glaube, das war der, mit dem wir gerade gequatscht hatten, oder? Sprechen wir mal mit dem anderen. Ob der was anderes hat? Ja. Das ist der neue. Leguane würden die verkaufen. Ja. Die bringen uns leider auch 0,0. Also auch nichts. Medizin ist genauso teuer, sogar teurer noch. Da war es ganz gut, dass wir bei dem anderen Händler gekauft hatten. Und der Rest, ja gut, das passt halt. Da können wir nichts weitermachen. Na gut. Was wir vielleicht auch noch machen sollten, dass wir hier auch mal verkaufen können, wenn wir dort zu viel haben. Natürlich. Das ist vorausgesetzt, die Chancen stehen relativ schlecht. Aber, dass wir mal so ein Teil hier reinsetzen, das wäre noch ganz praktisch. Das könnt ihr nämlich auch mal bauen. Da wird das Krankenbett gebaut und damit haben wir unsere Krankenstation das allererste Mal fertig. Sehr schön. Das läuft ja. Hier das Teil ist auch gebaut worden. Da haben wir schon drei Geschütze auf der unteren Seite. Wir brüsten jetzt die obere Seite langsam mal etwas mehr schützen, dass das so ein bisschen ausgeglichen ist. Kriegen wir aber auch hin. Wir werden, glaube ich, dazu hier das mal anlegen. Wir könnten hier eins mit dazu setzen. Das werden wir machen. Aber wir werden den Abstand ein bisschen größer halten. Warte mal, wie viel Platz braucht ihr? Ihr braucht ganz schön viel. Ich weiß nicht, wie es sich verhält, wenn wir dann so ein Geschütz dort reinstellen. Ob das nicht darauf einen Einfluss hat. Das ist, glaube ich, zwei Felder so in etwa. Ich weiß nämlich nicht, ob das jetzt wieder weg geht. Nein, es geht nicht weg. Perfekt. Okay. Dann können wir hier die Geschütze nämlich ranstellen. Ich hätte es gern auf dieser Linie. Und zwar dann dort ran. Genau. So, dann hätte ich gern... Hm. Ja, wir könnten natürlich das sehr effektiv bauen, indem wir hier mehrere nebeneinander bauen. Ich glaube, das machen wir mal. Und die Sandsäcke dann dementsprechend auch... Obwohl, naja, das ist dann von der Explosionsgefahr. Ich weiß nicht, ob die sich dann gegenseitig anstecken könnten. Hm. Ich glaube, die sollten doch ein bisschen mehr Abstand zueinander haben. Lass es nochmal abbrechen. Lass das mal so machen. Und dann nochmal neu setzen. Aber wir können das ja trotzdem so machen, dass da zwei Sandsäcke immer dazwischen sind. Ich denke mal, das ist die bessere Variante. So. Genau. Und dann bitte auf diese Art und Weise. Dann haben wir hier doppelte Reihen an Sandsäcken. Das macht aber nichts. Das ist schon soweit in Ordnung. Das kriegen wir hin. Stromleitung sollte man natürlich dann auch schon mal dafür bereitstellen. Da gehen wir natürlich daran, dass wir die dann extra ein- und ausschalten können. Jawohl. Das sollte dann soweit passen. Gut. Natürlich haben wir uns jetzt damit das ein bisschen versperrt, dass wir dann hier weitere Windräder bauen können. Aber da können wir eventuell das Gebiet dann hier noch nutzen. Langfristig zumindest. Müssten wir hier die Wände noch wegreißen. Ja. Müssen wir mal schauen. Ansonsten passt das aber erstmal im Groben und Ganzen alles. Wie sieht es hier unten aus? Oh. Ja stimmt. Da sollten wir auch dranbleiben. Dass wir hier die Tür wieder schließen. Oder den Raum erstmal generell wieder schließen natürlich. So. Schieferwand hätte ich hier gerne. Dann hier. Und hier bitte auch noch. Und da noch. Und hier auch noch. Genau. Und dann hätte ich gerne eine... Nein. Eine schiefe Autotür. Genau. Die soll hier mit rein. Plus Stromkabel natürlich im Idealfall. Dass wir das hier auch schon mal so weit durchverlegen. Gut. Und dann können wir hier nämlich das geothermale Kraftwerk setzen. Und das mit dem Strom natürlich dann auch direkt verbinden. So. Was wir noch brauchen. Wenn wir das dann so weit haben. Ist das mal hier eine kleine Schutzwand entlangzimmern. Ich denke mal ab da würde reichen. Wenn wir es so direkt davor entlangziehen. Das müsste passen. So in der Form auf jeden Fall. Und dann erstmal nur bis dahin. Und da sieht die Lücke schließen wir dann so weit. Was das hier so weit gebaut ist. Das kriegen wir hin. Also vielleicht sollten wir... Ne. Ich glaube der Raum kann nicht überdacht werden. Wenn das Ding dort drin steht. Hm. Na gut. Wir schauen mal. Weil ich glaube das ist... Ne. Guck mal. Das ist auch in. Okay. Hm. Wieso auch immer das auch in ist. Hm. Dann probieren wir das doch mal. Aber ich glaube dann sollten wir... Ich dachte eigentlich, dass das dann als Außen zählt. Automatisch. Aber dann sollten wir das nochmal abbrechen. Und erst dafür sorgen, dass das ein innerer Raum wird. Vielleicht ist das ein kleiner Bug. Den wir dort haben. Weil normalerweise ist es so, dass das draußen ist. Hm. Ja, definitiv in. Temperatur steigt auch auf über 70 Grad teilweise. Auch sehr interessant. Okay. Na gut. Aber dann nehmen wir das natürlich so. Dann macht erstmal das hier so weit fertig. Lasst hier die Stützbalken erstmal anbringen. Und so weiter und so fort. Und dann kriegen wir das hin, dass das auch als Innen zählen wird. So. Ansonsten baut ihr hier oben auch erstmal. Das ist auch wichtig. Das ist auch gut. Muss halt auch sein. Und ich überlege, ob wir das hier schon mal mit abtransportieren lassen. Genauso wie das im Idealfall. Und genauso wie das müsste dann auch noch mit weg. So. Ribothermie. Okay. Timmy. Und Timmy ist noch am Wegrennen. Das heißt, wir müssen ihm das verbieten. Weil sonst hat er natürlich das Problem, dass er... Ja. Wahrscheinlich viel zu stark unterkühlt ist. Was er jetzt schon ist. Okay. Forschung abgeschlossene Ersatzorgane. Ja. Schauen wir mal rein. Improvisierte Brandbombe. Wollen wir nicht. Sowas haben wir eigentlich auch noch nicht gemacht. In einer der Staffeln. Das würde ich tatsächlich gerne mal in Angriff nehmen. Ich will mal gucken, wie sich denn die Kolonisten verhalten. So. Zeigefinger rechts. Erfrierung. Uiuiuiui. Junge. Lauf schnell. Und Sonneneruption. Uh. Ganz schlecht. Haben wir genug Nahrungsmittel am Start? Ja. Wir haben auf jeden Fall ein bisschen Reserve. Daran soll es jetzt nicht scheitern. Natürlich ist es jetzt ungünstig, dass gerade jetzt die Sonneneruption kommt, während Timmy sich extrem unterkühlt hat. Können wir dir den Auftrag geben, dich hier zwangsläufig hinzulegen? Genau. Mach das mal. Das ist, glaube ich, die sicherste Variante. Und hier sind es allerdings auch schon minus vier Grad. Das heißt, die Hypothermie geht nicht wirklich gerade weg. Na doch. Sie geht noch zurück. Wunderbar. Okay. Das passt. Fünf Grad. Und da ist sie weg. Wunderbar. Gut. Na, ich hoffe, dass die Sonneneruption nicht zu lange anhält. Die Pflanzen sind auf jeden Fall zerstört. Die sind jetzt sozusagen Geschichte. Hm. Aber wir haben Gott sei Dank ein bisschen Vorrat geschaffen. Das heißt, es ist halb so wild diesmal. Sollte nur nicht öfters passieren. Das ist halt der wichtigste Punkt. Minus 33 Grad hier drin. Hammer mäßig. Da ist natürlich dann so ein Raum, wo kontinuierlich Wärme reinkommt. Ja, zumindest immer mal wieder. Definitiv besser. Aber ihr seht ja trotzdem, wie das hier absinkt. Sonneneruptionen. Ja. Hatten wir gelesen. Hm. Na gut. Penny kann zumindest hier noch ein bisschen was machen. Das ist gut. Ach, guck mal. Das Krematorium ist auch fertig. Da können wir das schon mal so weit einstellen. Verbrenne Leiche. Und produziere für immer. Und beim Einzugsradius. Ja. Ich will eigentlich nicht die gesamte Kolonie als Einzugsradius haben. Hm. Wieso hört denn hier das so abrupt dann auf? Guck mal. Hier bis dahin zeigt das an. Und danach nicht mehr. Ich hätte es ja nur gern eigentlich bis hier hin oder so. Das müssen wir jetzt ungefähr abschätzen. Hm. Ja, wir machen mal 90 Felder. Das müsste in Ordnung sein. Das ist sogar fast zu groß, denke ich mal. Aber wir gucken mal. So. Im Moment hat das Ding ja sowieso keinen Strom. Von daher, das passt schon. Gut. So, was hat Timmy vor? Er trägt Stahl. Timmy, geht es dir wieder gut? Bist du soweit in Ordnung? 23% unter Kühlung. Okay. Wir haben es minus 63 Grad. Also es ist schon wieder verhältnismäßig warm. Hm. Okay, und es ist halt wirklich arschweit weg. Aber ich hoffe, er kriegt es irgendwie hin. Ja, und hier liegt immer noch unser Labrador, der zu uns kommen wollte. Und der sich wahrscheinlich auch einfach nur unterkühlt hat. Ach guck mal, hier liegen zwei Labrador sogar. Hm. Tja. Aber ich glaube, die hätten es sowieso nicht gepackt. Also rein temperaturmäßig. Man sieht es jetzt nicht mehr, wie der Status bei Labrador-Hunden wäre. Aber ich glaube, rein temperaturmäßig. Die wären nicht geeignet gewesen für die Karte. So, da ist ein Textilienhändler am Start. Das ist soweit schon mal ganz nett. Ich hoffe, Timmy schafft es noch bis zurück. Unterkühlung stark. Erfrierung rechtes Ohr. Hi, nicht gut. Lauf rein. Ja. Und das ganz schnell. Zeigefinger links. Nein. Ah, Mistdarts sind zerlegt. Lisa. Ja doch, Lisa kann das machen. Kümmer dich. Retten. Aber ganz flott. Ganz, 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 ganz flott. So, wunderbar. Wieso legst du ihn denn da rein? Ach, weil Stereoid hier schon drin liegt. Na, ganz groß. Hm. Okay. Die Krankenstation wird auf jeden Fall gleich vollends verwendet. Ah, das ist nicht gut. Wir brauchen mehr Medizin, dass wir noch ein zweites Krankenbett bauen können. Ah, je, 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 je. Okay, und hier müsste auch mal geputzt werden. Das macht, glaube ich, im Moment keiner. Das war ja eigentlich mal ursprünglich, genau, Mitch seine Aufgabe. Das werden wir auch mal wieder in Auftrag geben, dass sich Mitch drum kümmern soll. Er kann das andere ruhig erstmal hinten anstellen. Träger ist zwar auch wichtig, aber komm, Mitch. Kümmer dich erstmal ein bisschen Hygiene hier. Wo ist er denn? Lass mal gucken, wo sich Mitch versteckt. Lisa, Stereoid, Mitch da. Okay, da ist er am Putzen. Ja, es ist halt auch wichtig, dass die Umgebung einfach mal wieder ein bisschen schicker wird. Gut, das Krankenbett ist wieder frei und ich glaube, Timmy geht es auch wieder gut. Wir sollten trotzdem mal gucken, wo er ist. Ja, genau. Er hockt hier schon wieder draußen rum. Ich glaube, es... Ah, Junge. Ich glaube, es hackt. Du bist verletzt. Kannen wir dir den Auftrag geben, dass du dich so lange dorthin legst? Ja. Bis du vollständig geheilt bist. Danach darfst du gerne wieder was machen. Das ist in Ordnung. Aber bis dahin, tu dich bitte ausruhen. So, das ist, glaube ich, auch fast fertig. Hier fehlt noch ein bisschen Stahl. Haben wir keinen Stahl mehr? Ich glaube nicht, oder? Unser Stahl ist tatsächlich am Ende. Wenn ich das hier richtig sehe. Aber das macht nichts. Wir können ja hier noch weiter abbauen. Wir haben ja noch ein bisschen was. Da werden wir das schon mal in Auftrag geben, soweit. Theoretisch können wir es, glaube ich, hier auch schon mal ein bisschen dort rüberziehen. Das müsste dann auch passen. So, da werden die Wände noch gesetzt. Das ist auch soweit schon mal ganz gut. Eigentlich kann man das hier auch schon dicht machen. Wir haben Strukturen. Dass wir hier das auch schon mal in Auftrag geben. Das sollte ja theoretisch passen. Gut. Hier die Pflanzen wurden schon wieder mit angepflanzt. Das ist gut. Der Textilhändler, den können wir wegklicken. Den brauchen wir nicht. Und ansonsten haben wir, ja, erstmal damit zu tun, mit den Nachwirkungen jetzt natürlich, dass jetzt hier der Strom ausgefallen ist. Dass das wieder alles aufgeforstet wird. Und rein medizinisch. Ich glaube, eigene Medizin haben wir auch nicht mehr so viel. Nee, eigentlich gar nichts mehr. Das heißt, auch die Teile bräuchten wir. Da bräuchten wir auch noch eine zweite Hydrokultur, die sich dann damit auseinandersetzt. Ich glaube, das machen wir auch mal. Wir müssten sowieso hier noch mehr anbauen. Die Frage ist, ob wir das strommäßig halt alles auf die Reihe kriegen. Aber wir gucken mal. Wir haben ja demnächst dann hier eventuell das neue Kraftwerk. Guck mal, da ist der Raum auch schon als überdacht gewertet. Genau. Dann können wir hier nämlich das entsprechende Kraftwerk dann auch setzen. Ein geothermales Kraftwerk soll es sein. Einmal dorthin. Und dann sollte das passen. So, jetzt wird hier der Stahl abgebaut. Das ist gut. Den brauchen wir halt unbedingt dafür. So, das kann also auch abgebaut werden. Das ist auch soweit in Ordnung. Da wird hier auch direkt angefangen mit dem Bau. Und dann ist der Raum erstmal soweit dicht schon mal. Das ist ja auch schon mal ganz viel wert. Gut. Guck mal, hier oben ist auch noch ein bisschen was. Da ist noch was. Da ist noch was. Das nehmen wir alles mit. Brauchen wir. So. Und hier hinten haben wir sowieso noch Riesenvorkommen. Aber da sind wir noch nicht dazu gekommen, das dort abzubauen. Die Schifa-Blöcke werden wir schon mal mit einsammeln, dass wir dort wieder neu produzieren können. Und ansonsten müsste es aber auch erstmal soweit passen alles. Ja, und ich sehe gerade auf die Uhr. Und wir haben es auch schon wieder geschafft für heute. Ich bedanke mich natürlich fürs Zusehen bei euch. Und hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr mögt, morgen wieder mit einschalten. Und es heißt, let's play RimWorld. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao, ciao.